Was geht ab, meine lieben Freunde? Wenn es um Kredibilität geht, setzt Kolia Goldstein neue Maßstäbe. Seine Vergangenheit gleicht einem Hollywood-Streifen. So ist der Künstler schon in halb Europa herumgekommen, saß längere Zeit im Gefängnis. Unter anderem saß er 2012 wegen Geldwäsche ein Jahr in einem dänischen Gefängnis. 2017 ist er an einer Schießerei in Kopenhagen beteiligt, bei der zwei unbeteiligte Verletzungen erleiden. Im selben Jahr erfolgt eine weitere Verurteilung für Drogenhandel und Verabredung zu einem Mordverbrechen. Die kommenden zwei Jahre verbringt er in einem deutschen Gefängnis. In seinen Texten verarbeitet Kolia seine Geschichten auf packende Art und Weise. Er rappt über Kontakte zu russischen Geheimdiensten, Enthauptungen und die Auflösung von Leichen in Säure. Alles in allem der richtige Mann, wenn es um die Frage geht, wie die Crime-Kultur in anderen Ländern ist. In einem sehr spannenden Interview mit den Jungs von 26 Minuten spricht er nicht nur über sein Leben, sondern vergleicht die Crime-Kultur hier in Deutschland mit den Niederlanden. So erklärt er unter anderem, dass ein Leben dort nichts zähle. Und das wird in den Niederlanden nicht diskutiert, wenn man einen Fehler begonnen hat. Zudem sagt er, dass die Niederländer grundsätzlich eine ganz andere Haltung zu Kriminalität haben, da statistisch gesehen viel mehr Menschen ihr Geld mit kriminellen Geschäften verdienen. Das liegt aber auch vor allem daran, dass die Niederlander eine Schlüsselrolle im europäischen Drogenschmuggel spielen. Das Land ist seit jeher ein wichtiger Umschlagplatz. In den letzten Jahren nimmt die Drogenkriminalität rasant zu. Der Containerhafen in Rotterdam ist das Einfallstor nach Europa. 40.000 Container aus aller Welt kommen hier an, pro Tag. Somit sind Organisationen aus aller Welt tätig. Aber schaut euch diesen Ausschnitt von Kolia an und ich kann euch die Interview-Reihe von 26 Minuten nur nahelegen. Ihre Interviews sind sehr spannend und fesseln. Und nochmal Props hier an dieser Stelle bei den Jungs, dass sie mich trotz ihrer riesen Reichweite supporten. Und wenn euch das Thema interessiert, habe ich vor etwa einem Monat eine Audio-Doku über Rottu Antahy gemacht. Den führenden Kopf der Mokro-Mafia. Gebt euch und viel Spaß. Peace out. Und in unseren Vorgesprächen hast du mir gesagt, in Amsterdam wurde es richtig wild. Ja. Ist anders. Oder Amsterdam ist wild. Weißt du, wie ich meine? Amsterdam kannst du nicht vergleichen mit einer anderen Großstadt. Also zumindest keine, die ich kenne jetzt in Europa. Ja. Das ist ja auch, weil du vorhin gesagt hast, Straße oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, es gibt auch Unterwelt, sagen wir, in Niederland. Also es gibt auch die Unterwelt und das ist ein anderer Zirkus, eine andere Melodie, die da einfach spielt. Erzähl uns von der Melodie. Was ist denn, was ist der Unterschied zwischen der Melodie in Amsterdam und der in München? Ja, Bruder, ja, ciao. Oder NRW, Hamburg oder was? Ja, also guck, in Deutschland ist natürlich die Strafverfolgung ganz anders. Das heißt, du hast viel mehr Ermittler, du hast viel mehr Manpower, du hast viel mehr Geld dahinter für Strafverfolgung und du hast viel weniger Leute, die prozentual gesehen Geschäfte machen. Ich habe mir hier letztes Mal so Dokumentationen angeschaut, dass die davon ausgehen, dass hier jeden Tag 100.000 bis 150.000 Leute in den Niederlanden aufstehen, nur um Marihuana anzupflanzen. Verstehst du, also um Marihuana anzupflanzen. Das heißt, also ein gewisser, also ein hoher prozentualer Anteil der Gesellschaft partizipiert an Kriminalität. Und auch das ganze Vermögen, das da erwirtschaftet ist, das ganze Schwarzgeld wird ja auch wieder ausgegeben. Das heißt, das ist schon mal so ein grundlegender Unterschied, dass die Niederländer ganz andere Haltung haben zur Kriminalität. Ja, dass hier viele Leute da auch arbeiten. Und generell mit der, also was ist so an den Geschäften oder an den Deals, was ist so auf der Straße anders? Auf der Straße. Zeig ich mal. Ja gut, du hast viel mehr Brutalität, viel mehr Gewalt, viel abgefucktere Leute. Es gibt viel, also ganz andere Methoden und Mittel, wie gearbeitet wird. Zum Beispiel. Ja, Bruder, du kannst halt hierher kommen und dann kann dir halt einer für zweieinhalb tausend Euro in den Kopf schießen. Das ist halt hier normal so. Das kann halt vorkommen. Wenn du nicht wirklich weißt, was du da machst, mit wem du es zu tun hast, kannst echt baden gehen. Das ist halt anders. In Deutschland, zum Beispiel in Deutschland werden einem 50 Kilo Gras geklaut. Was ist, ich frage dich einfach, drehen wir es um. Was ist das Schlimmste, was echt passiert? Bei 50 Kilo Gras? Ja, einer echt 50 Kisten hier rippt. Was denkst du? Du wirst auf jeden Fall nicht sterben. Du wirst nicht sterben, aber du kannst böse auf die Fresse bekommen. Und ich würde dazu noch addieren, du wirst angerufen, der Typ, dem es geklaut wurde, der wird Leute anrufen, die werden Leute von dir anrufen, es muss irgendwie geklärt werden. Bruder, hier, Mann, ich weiß, ich kann dir, das ist so lang, das könnte ich gar nicht aufzählen. Da musst du 260 Minuten machen, bis wir da fertig sind. Da ist es halt einfach, die Leute werden mit dir nicht reden. Du kriegst einmal die Möglichkeit, dich dazu zu äußern und deine Schulden zu bezahlen oder das, was du da getan hast. Das zahlst du zurück. Wenn du das nicht tust, dann gehst du. So einfach ist das. Wie wird das dann gemacht? Also ich bekanne dich ja auch, wenn du weißt, okay, ich habe Summe X Schulden, kann man sich auch irgendwie verstecken oder so? Ja, es gibt viele, die auf niederländischen Antillen und nach Brasilien, vor drei, vier Tagen wurde ein ganz bekannter Typ in Brasilien gefischt, der auch gesucht. Bruder, ja, klar, das machen viele, aber die holen nicht überall. Die ganzen Morde, die in diesem Circuit drehen, sind ja international. Der Crime, der hier stattfindet, kennt keine Ländergrenzen. Die haben Leute in Thailand geholt, das ist ja klar. Deswegen Leute in Dubai geholt, das ist international, das spielen alle mit. In der Türkei viele Morde, die hier mit dem Zusammenhang stehen. Deswegen ist es ganz anders. Also ein Menschenleben ist nicht viel wert.